Das ist jetzt ein erfolgreicher, sozusagen erfolgreicher Testlauf der 1 mm Linsengitter mit einer Linsengröße von einem Millimeter. Wie man hier sehen kann, man hätte es vielleicht noch, den Druck noch etwas größer machen müssen. Aber ich bin zufrieden. Man sieht ja, es ist durchgebogen. Es kommt jetzt noch auf eine feste Platte. Und dann fliegt das hier auch nicht so schnell weg, sondern man hat einen etwas größeren Sichtwinkel. Aber der Sichtwinkel ist schon sehr gut, wenn man auch weiter weg geht. Nicht wahr? Das ist ausgesprochen gut.